Hallo, ich bin Ute Schäfer von Göttermilch. Ich bin Strickdesignerin und habe zusammen mit Make-A-Rist einen Kurs entwickelt für dich, in dem ich dir zeigen möchte, wie du ein Dreiecktuch herstellen kannst, das Dreiecktuch Freier, und wie du einen Kapuzenschal herstellen kannst, den Kapuzenschal Scully. Wir stricken die Ajour-Mustertechnik bzw. die Lace-Technik. Es handelt sich bei beiden Mustern um ein Lochmuster. Ajour ist französisch und bedeutet Perforation und wenn wir sagen, wir stricken Lace, dann stricken wir, so wie du es hier auch siehst, mit einem feinen Faden ein Lochmuster, was dann nachher eine gestrickte Spitze ergibt. So, und jetzt habe ich dir alles erklärt und jetzt geht's endlich ans Stricken.